Ich habe mein 1000 Abonnenten Special soweit aufgenommen und auch recht gut geschnitten. Es ist wirklich krass gut geworden, muss ich echt sagen. Aber da fehlt noch ein großer Teil und zwar, ihr seid ja die 1000 Abonnenten. Und deswegen möchte ich auch euch mit in dem Video haben. Und deswegen könnt ihr natürlich jetzt auch mitwirken. Und zwar nehmt euch einfach eine Kamera. Ja, es wäre cooler, wenn ihr einfach euch eine Kärbel schnappt und euer Gesicht filmt. Wenn ihr aber das noch nicht wollt, euch nicht zeigen wollt, dann ist es halt schon mal ein bisschen doofer. Aber okay, ihr könnt natürlich auch gerne Gameplay oder sowas im Hintergrund haben oder einfach ein schwarzes Bild. Und dann erzählt ihr einfach, wie habt ihr mich, wo habt ihr meinen Kanal kennengelernt? Was findet ihr in meinem Kanal so gut, dass ihr mich abonniert habt? Oder, keine Ahnung, irgendwelche witzigen Storys vielleicht bei meinem Kanal oder sowas. Yo Leute, was geht ab jetzt sogar um zu einer neuen... Really? Was ist das? Yo Leute, was geht ab jetzt sogar um zu einer neuen Folge Minecraft Survival Games? Es hat heute eigentlich PvP vs. You, aber ich habe ein ganz, ganz wichtiges Thema anzusprechen. Deswegen zog ich einfach PvP vs. All. Ihr wisst bescheiden, ich habe es auch im Ankündigungsvideo gesagt, wenn ich mal was anzusprechen habe, dann mache ich PvP vs. All. Und dann spiele ich einfach gegen die Allgemeinheit. Ich habe mein 1000 Abonnenten Special soweit aufgenommen und auch recht gut geschnitten. Es ist wirklich krass gut geworden, muss ich echt sagen. Aber da fehlt noch ein großer Teil und zwar, ihr seid ja die 1000 Abonnenten. Und deswegen möchte ich auch euch mit in dem Video haben. Und deswegen könnt ihr natürlich jetzt auch mitwirken. Und zwar, nehmt euch einfach eine Kamera oder... Ja, es wäre cooler, wenn ihr einfach euch eine Kärbel schnappt und euer Gesicht filmt. Wenn ihr aber das noch nicht wollt, euch nicht zeigen wollt, dann ist es halt schon ein bisschen doper. Aber okay, ihr könnt natürlich auch gerne Gameplay oder sowas im Hintergrund haben. Oder einfach ein schwarzes Bild oder so. Ich weiß nicht, ich schneide da auf jeden Fall was cooles zusammen. Und dann erzählt ihr einfach, wie habt ihr mich... Woher habt ihr meinen Kanal kennengelernt? Was findet ihr in meinem Kanal so gut, dass ihr mich abonniert habt? Oder, keine Ahnung, irgendwelche witzigen Stories vielleicht bei meinem Kanal oder sowas. Sodass ich das alles zusammenschneiden kann und dann in den Kanal einsteusen kann. Wie ihr mir die Dateien sendet, ist ganz einfach. Und zwar, ihr könnt einfach auf die Seite WeTransfer gehen. Dort wählt ihr dann eure Dateien aus. Ich zeige das jetzt gerade auch mal. Dort wählt ihr dann einfach eure Dateien aus. Und genau, die müsst ihr dann... Also die E-Mail-Adresse, an die ihr das senden wollt, die heißt, glaube ich, 1000clips.gmx.com. Äh, die tragt ihr dann da oben ein. Das erkläre ich, seht ihr auch gerade alles. Dann, ähm, äh, eure E-Mail tragt ihr dann runter ein. Und die Datei, die ihr halt haben wollt, müsst ihr halt da unten auswählen. Und das ist ganz einfach. Und deswegen, äh, mache ich das über WeTransfer. Und dann erhalte ich die Dateien, kann mir die innerhalb von 30 Tagen runterladen. Ihr werdet, erhaltet dann auch, dass ich das empfangen habe, denke ich mal. Äh, und so einfach ist das. Äh, würde mich auf jeden Fall auf eure Einsendung freuen. Ihr habt jetzt eine Woche Zeit, das zu machen. Danach ist Einsendungsschluss. Also ihr, äh, habt halt so lange Zeit. Das war's auch dann schon mit dem Thema. Und es ist halt so, äh, ganz easy, ganz easy gemacht. Gemaked. Und es ist halt ganz chillig. Dann könnt ihr nämlich mit so einem Teil sein. Klar könnt ihr auch, äh, meinetwegen unten euren Kanal einschreiben, wenn ihr unbedingt die Promotion haben wollt. Aber, ja, gut. Außerdem ist es halt so, äh, ich freu mich echt im Moment über die Bewertung unter meinen Videos. Also, äh, das motiviert mich auf jeden Fall richtig krass weiterzumachen. Also diese, die 50 Likes so immer, dass wir die jetzt schon immer packen, freut mich unglaublich krass, äh, dass wir das packen. Und, äh, jo, es wär natürlich, wenn ihr, keine Ahnung, mein Merch oder sowas anhabt und dann ein Facecam macht, wär das natürlich doppelt cool. Nein, aber, äh, macht das einfach. Äh, nehmt einfach das Video auf, sendet mir das dann. Und meines Wegen verpixel ich euch, äh, auch euer Gesicht. Aber, naja, ihr müsst dann einfach noch da was, äh, dazu schreiben. Äh, an meine E-Bail-Adresse bitte keine Nachrichten senden, dass, äh, die Leute werde ich dann auch direkt sperren, sondern einfach eure Videos einsenden. Genau, es steht jetzt 3 zu 1, wie ihr es gerade auch unschwer hier erkennen könnt. Und, ja, ganz easy. Jetzt werde ich erstmal ganz schön hier, oh lol. Ja, gut, hab ich gesagt, dass ich jetzt gerade voll verscheiße, weil ich so krass in das Thema verdingst bin, versunken ausrede. Gut. Und außerdem hab ich meinen alten Laptop mal wieder ausgeräumt und einfach mal, äh, wieder Microsoft installiert. Und ich muss echt sagen, das läuft zwar richtig flüssig. Äh, natürlich nicht mit Aufnahme. Also, ihr könnt euch ja meine alten Aufnahmen angucken. Die sind mega peinlich eigentlich. Ja, okay, jetzt hat er sich den Gold dafür gesnackt. Das heißt, er müsste eigentlich jetzt gewinnen. Weil er hat halt viel mehr Herzen als ich. Oh, fuck, Alter. Jo, Digga. Alles klar. Jo, Kombo, Leute. Das war geil. Wer es noch nicht verstanden hat, äh, Fragen einfach in die Kommentare. Ich, äh, beantworte die dann innerhalb von einer halben Stunde nach dem Video. Also, wenn das jetzt hochgeladen ist, also, ihr seht das wahrscheinlich dann jetzt gerade. Also, die jetzt recht früh, das ist aus Glück vielleicht, keine Ahnung. Einfach so gesehen haben. Dann, äh, Dings, werde ich da auch direkt darauf antworten, weil die anderen kann ich wahrscheinlich nicht direkt darauf antworten. Aber ich versuche natürlich mein Bestes, eure Fragen da zu beantworten. Und, Leute, macht euch auf jeden Fall auf ein Special der Extravaganten-Sache da. Okay, was heißt Extravagant? Aber richtig cooles Special da gefasst. Ich glaube, jetzt könnte er... Nein! Oh, oh, du kleiner... Kleiner. Mir fällt jetzt gerade kein Wort für dich ein. So, haben wir gewonnen. Ich hoffe, ihr habt mich übersteuert. Wenn ja, schreibt mal Hashtag über... Schreibt mal Hashtag übersteuert. Alles klar. So, würde ich sagen, wir sehen uns. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Und tschau. Uuuu. Okay. No. Da. Oncevivier. Da. facto. Da. Da. hidden Da.